2022 top heritage baseball pick your team case break nummer eins wir hatten heritage high number beim letzten mal okay es war so ging so nicht so prickel ich hoffe dass das hier besser ein langer break steht bevor ich versuche das mal hier zu regeln von mir alles umgibt und gar nichts gesehen ein bisschen werde ich hier so ich kann man schon wieder umgetreten hier also machen wir es wieder wie beim letzten mal würde ich sagen rückseite oder heritage am besten vor der rückseite am ende noch mal von der vorderseite schnell durchlaufen weil man will ja die variations mitbekommen seid ihr bereit erste box stopper geht an die yankees gary cole box stopper die gibt es auch mit auto definitiv das coolste jahr von heritage meiner meinung nach sind alle einfach standen mit spannendes bringen der rückseite ein bisschen schneller zu machen und wir nicht komplett hinterher hängen kann auch von der vorderseite können wir brauchen vielleicht ein bisschen schöner für alle wenn die was sehen oder doch auch so länger ja klar also morgen machen nach dem wochenende beste produkt ich zeige euch die ersten von vorne und dann schauen wir weiter also so ist das design wir haben schon eine black border direkt in der ersten panne ist nur mein fehler die das sind die sps also show printed sind von dass ich nicht lügen 400 bis 425 bis 450 glaube ich sind sp also show print die sind ein bisschen schwieriger zu kriegen so wie es im letzten break of wonder franco rookie flashback insert das ist normale base und der natürlich white socks roman mit dem ersten relic letzte team hier kriegt den ersten hit war klar eloy jiminez relic geht an roman läuft wie ich sagen jetzt wieder eine sp für die rockies dom nunes ich kann auch so umgehen alles gut machen wir so kempern hayes insert o'neill cruz a rookie dann gehe ich am ende noch mal alle durch insert reggie jackson vladi jr vladi jr new edge performance toronto Ich lese das nicht alle Namen vor. Mike Trout für die Base und Aaron Ashby für die Brewers SB. Dann haben wir Karatini für die Padres SP. Also die SP sind jetzt nichts Besonderes, die die Fancamper mögen bringen. Zack Wheeler und Robbie Ray und Jim Palmer. Nordmatt SP, Sergio Alcantara für die Cups. Wander Franco, New Age Performance für die Rays. Also es gibt meistens, ich weiß gar nicht, es gibt eine Hotbox pro Case. Dann hat man in jedem Pack eine Chrome Purple. Haben wir ja beim letzten Mal auch. Peraza für die Mets. Und eine Box hat man halt nur mit Purples. Siri. Da ist er, Hane. Jose Siri. Kamera. Den wollt ihr ja zuerst nehmen. Für die Astros. Und da kommt die Green, Chrome Green Refractor. Das ist die Base hier. Green is Griffin Jacks und die Twins. Die sollte limitiert sein. Und zwar auf 273. Twins ist, äh, Torben. Der Twins. Leider nicht so deutscher, aber schon mal ein Start. Das ist die Base. Stone Base, Leider ist auch die Base. Äh, es gibt glaube ich eine, äh, Teal Bar für die Twins nochmal. SP. Es gibt eine Black, Black Border. Die ist nicht nummeriert, aber die sind auf 50. Äh, Flashbacks. Das war die erste Box. Jetzt muss ich natürlich alle nochmal durchgehen, wegen den Variations. Deswegen mach ich das lieber von der Rückseite normalerweise. Aber, das geht eigentlich zügig. Da. Uh, wir haben eine Image Variation. Francisco Lindor. Für die Mets. Das gibt's nicht, ey. Ich hab so viele Team und treffe keine Image Variation. Lindor für die Mets. Mal direkt mal eine getroffen. Image Variation. Sehr cool. Cristobal und die Mets. Die brauche ich sogar noch, verdammt. Also eigentlich hat man nur eine pro Box. Äh, pro Box. Ja, pro Box hat. Aber wir haben glaube ich zwei, drei pro Case. Geht trotzdem nochmal durch. Man weiß ja nie. Und außerdem gibt's noch French Tags. Die sind auf, äh, French Tags sind auf. Was mir lügen, 73, ne? Und, ähm, es gibt noch Flipstalk. Das sieht man nicht, aber das fühlt man. Weil dann hat die Vorderseite ist dann auf der Rückseite und die Rückseite auf der Vorderseite. Das heißt, beim Durchgehen merke ich schon, ob die anders ist. Also normalerweise, das hält halt ein bisschen auf natürlich jetzt, ne? Zusätzlich hier durchgucken. Aber, wenn es eine Throwback Variation ist, ähm, die bringen mal richtig Asche. Oder die City Connect. Boah, City Connect sind, äh, boah, die bringen richtig krasse Preise. Die sind wahrscheinlich auf 10 oder tiefer limitiert. Es gibt ja keine offizielle Limitierung dafür. Aber City Connect, also dieses, es gab ja dieses City Connect Jerseys. Und halt auf dem Bild haben die halt diese Jerseys an. Die sind mega shortprinted und gehen für mehrere tausend. Je nach Spieler. Es gibt auch welche, die ein bisschen günstiger, die gehen für... Aber ein schlechter Spieler geht sehr zu 4, 500. Oder 3 bis 500, sagen wir es aber so. Wollte nicht übertreiben, ne? Also schlechte Spieler gehen, äh, dafür gutes Geld weg. Okay. Box Nummer 2. Box Hopper. Wieder eine große. Und das ist Freddy Freeman für die Braves. Freddy Freeman. Ich habe den Stapel hier elegant umgeschmissen. Arми? Bin Snack! Sudden Sieg lying. So, auf Dach Anton. Woîtnack Werblich? In hier kopieren Sieg im spaß. Ich bin einig. Da. jetzt kann ich wieder ein bisschen Baseball gucken immer gespannt wie die Saison verläuft dieses Jahr ich bin ja im Juli noch oder Ende Juli anschauen August in Chicago mal schauen jetzt spart ich nochmal zum spiel ich bin mir eigentlich kein Cup-Scan aber eher wenn dann würde ich die White-Sops nehmen aber spielgüste glaube ich angucken ich habe mir gar nicht angeschickt hab ich noch gar nicht angeschickt Alright, here we go, nächste Box Schauen wir mal wir haben George Springer, Relic für meine Jays Clubhouse Collection, George Springer, Relic wenn sie nummeriert sind, sind sie vorne drauf nummeriert mit Handnummerierung ist eigentlich ganz cool und, oh, ist das die Hotbox? es scheint so, Manny Machado also für die Padres es könnte die Hotbox sein aber es ist eine Purple, also ich denke da werden einige Purple drin die sind nicht nummeriert, aber wenn ein guter Rookie dabei ist, schadet das nicht das heißt, ja, wir haben in jeder Box jetzt eine Purple Chrome O'Neil Cruise wir haben Cal Relais auch nicht schlecht für die Mariners Purple ich gehe jetzt mal ein bisschen flotter durch wir haben Urias Insert wir haben Bobby Shed wir haben Bobby Shed Nice Purple für die Jays wieder Shane Beaver für die Guardians Ah, ich habe noch etwas getroffen Acuna für die Braith und dann haben wir Insert Jacob DeGrom für die Mets wir haben Christian Jelic für die Brewers wir haben Michael Brantley für Astros Purple Chrome Purple Raphael DeVers Insert Mustakas für die Reds Purple wir haben Luis Robert für die White Sox Purple Freddy Friedman für die Braves Purple Purple then and now Stargill und Duvall Gary Cole für die Yankees Purple und dann haben wir Kalinic für die Mariners kein schlechter wir haben Brennan Lowe für die Rays Purple dann haben wir Kalinic Brandon Marsh Insert Rookie Mountcastle Purple für Baltimore wir haben Wisdom Patrick Wisdom für die Cubs Comforto Comforto für die Mets kein guter Rookie bisher komm schon und O'Neal Cruise Purple nice Glückwunsch an Felix O'Neal Cruise O'Neal Cruise Chrome Refractor keine mega teure Karte aber ist geil nimm mal mit oder wir haben Chris Junior für die Marlins und Red Refractor für Brandon Marsh und die Angels nice auf 573 limitiert sehr cool du hast direkt in der ersten Boxen schon Relic gezwungen Flashbacks wir haben Josh Donaldson für die Twins Purple Bragman für die Astros Purple Contreras für die Cubs und die letzte Purple erstmal Josiah Gray und die letzte Purple ist Sender Bogarts für die Red Sox Purple Chrome Refractor jetzt möchte ich mal eben die Variation schnell checken ob da was bei war ist hier noch Hotbox wer weiß vielleicht haben wir was Schönes hierbei weiß er nie ich bin ja froh dass sie es nicht so à la Panini Select gemacht haben so oh KZ Box so Kaboom KZ Auto in einer Box alles andere im Case ist tot so gefühlt ich glaube ich habe auch noch nie aus einer Hotbox mit den Purples einen guten anderen Hit gesehen soweit ich mich erinnern kann mit den zuh 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 es ist eigentlich krass wie schwer es ist manche Red Ink Autos überhaupt zu ziehen ich habe so viele Einzelboxen schon aufgemacht von dem von 22 und ich habe bisher bis heute noch keine Red Ink gezogen das ist echt verrückt ist ja schon schwer überhaupt ein Auto zu ziehen aber manche Cases sind echt gut mit guten Hits gefüttert alright also eine Variation hatten wir nicht in dieser Box Alright auf geht's zu Box Nummer 3 und schon wieder Steven Strasburg Nationals Jumbo Boxstopper Jumbo 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 sommer von hinten bräden mit noch drei stunden die hotbox schon hatten vor allem ist es spannender mit dem auto man sieht es nicht direkt anstatt der nummer steht an er auch ein bisschen raten und man weiß nicht ob die red ink oder normal ist ich will nicht dass wir nachher leute und weil ich von der rückseite die karten durchgehen also ist das sowas und alles andere zeichnet versuchen zwar okay die red sox sp auf 400 und da ist der hit p alonso für die märz relic to color für die märz noch kein auto getroffen oder drei relics bisher märz schon wieder christoph das ist ein insert kann ich gerne noch verlosen am ende des breaks karte kaboom für die nationals arne du hast die sp getroffen short printed von ihm luis rubert für die white socks wir haben garcia für die rangers fairbanks sp für die race ich habe ich habe gestern wo du es gesagt hast ich habe nur mal überlegt ich habe sogar ein wonder von ihm aus dem future stars set flashback für die giants wir haben chris stratton sp für die pirates Urias für die Dodgers, Seewald für die Mariners, SP Johnny Bench wie Reds, Flashback, die Flashbacks hätten die jedes Jahr mit Autos machen müssen, das wäre richtig geil, Alec Me ist Diaz, SP für die Astros, Kim für die Cardinals, SP Äh, Duo, Seewald und Burns Jordan King für die Rangers, SP Das war's für diese Box Ich guck nochmal schnell durch, ob da eine Blackboard dabei war Die erkennt man sofort Also Ahne, ne, beim letzten Heritage High Number Case hast du sogar noch eine Blackboarder getroffen, ne? Nutze Info Falls du es nicht gemerkt hast Die sind auch 50, zwar nicht offiziell limitiert, aber Deine Blackboarder und wir haben Harman Killebrew für die Twins Nein, das ist kein echtes Auto Nein, das ist halt keine dicke Karte, ne? Die Blackboarder Variation Die Blackboarder sind nicht so Also ist ein Rookie, die sind zu teuer, aber sonst Komm, an den Trade einbauen, schnell gehen wir nochmal wieder ab Eigentlich mach ich nur das Base Set mit den SP, die Inserts und alles Und von den Parallels wollte ich eigentlich keine Sammeln, obwohl ich die Blackboarder schon sehr cool finde Aber eher die Paper, es gibt ja Blackboarder, die sind auch 73 limitiert, offiziell auch Und dann hat man noch halt die Blackboarder Papercards, die nicht limitiert sind, aber ich finde die Papercarder und die Schüler hat was Ja, ja, richtig Die Wallena Die Wallena Die Wallena Das ist wichtig Das ist wichtig Ich habe eine Entscheidung Ich habe zu ihr Ich habe sehr gut Ich habe sehr es Ich habe sehr gut Ich habe sehr gut Ich habe das Okay, Box Nummer 4, hier wir gehen, Acunia, Braves, insert, wir haben schon wieder ein Relic, Garrett Cole für die Yankees, 2-Color-Relic, wow, 4 Boxen, 4 Relics bisher, die guten Boxen kommen zum Schluss, ne, bis dahin, hoffe ich. Dave Winfield für die Padres, Flashbacks, Joe Kelly für die Dodgers, SP, Otani, Angels, Narves für die Brewers, SP, Duel, Stargirl und Tattys, Junior, Hilliard für die Rockies, SP, Schnell durchchecken hier, ob da noch Blackboard dabei ist, Wieso Boo? Achso, das erste Auto, okay, Gib mir schnell. Alright, Soto für die Nationals, insert, Azulido für die Twins, SP, Duel, Stargirl und Duval, zweiter, für jedes Team eins, Patino für die Rays, SP, Black, 9, Castro, 3D Giants, SP, Joe Barlow, New Age Performer, so Rookie, 3D Rangers, Arcea, 3D Braves, SP, 3D Braves, SP, insert, Nixon, President, Ibanez für die Rangers, SP, Ibanez, Das war's für diese Box. Wir suchen immer noch auf dem ersten Auto. Oh, das ist ein Buyback, PINELLA für die Royale. Buyback, Sie sind nicht viel wert, also du hast jetzt also die wirklichen Buyback zu 1973, Top hat die aufgekauft, so wie ich es mal sogar verstanden habe, von einem anderen Heritage Sammler, Tops hat nur drei komplette Fullsets, geschaut, es gibt mehrere von schlechteren Spielern, aber von einem besseren aus 73, haben die mit drei Stück ungeblich. Ich weiß gar nicht, wie es 73 mit der Beste war, oder welche da ganz teuer ist, kann ich gerade nicht ausdrücklich sagen, aber ich habe schon überlegt, auch das zu sammeln, aber ich glaube, es ist nicht teuer, aber just for fun vielleicht, aber es gibt halt auch, ich glaube, 425 Buybacks, wir haben mal nur den Stempel vorne drauf, aber es sind die Originalkarten von 73. Ich finde ich irgendwie hat was. Ja, ich könnte auch direkt die Originalen sammeln, aus 73, aber muss ja irgendwas, was anders dran sein. Also bisher, das steht nur Crews, Triple, Rookie, Refracture. Fertig. All right, nächste Box, viel Glück, here we go, ich glaube wir starten wieder mit einem Relic, ich hoffe nicht, für die Twins, Joe Ryan, ist das wieder ein Relic, Alex Cobb für die Giants, SP, oh und auf 673, how about Tatties Junior Chrome, für die Padres, hinter Stefan, ich wollte eigentlich ein Relic haben, aber jetzt hast du eine Chrome Refractor, sehr cool, Tatties, und wir haben ein Relic, Alex Bragman für die Astros, oh man, ernsthaft, Alex ist Bragman, Astros ist Torben, Steinbrenner, insert, wir haben ein SP, Lopez für die Marlins, Roman, du hast direkt die erste Karte, hier, direkt die erste, der erste Hit war deiner, Brian De La Cruz für die Dolphins, äh Dolphins sei schon, für die Marlins natürlich, Harvey für die Orioles, SP, awesome, äh, Bloomberg für die Yankees, Flashback, wir haben Walter Johnson, SP, ähm, ich in Washington, ist es, wir haben ein Shane Bass, oh, für die Fräse, sorry, wir haben ein Shane Bass, oh, für die Fräse, sorry, Gumbair für die Rockies, SP, Hank Aaron, nice one, Brace, äh, Duggar für die Giants, SP, oh, das ist die Black Border, da haben wir eine, und die geht an die Brace, Brad Phillips, Black Border, die sind auf 50, die ist kein Chrome, ist die normale Black Border, aber ich finde, die sehen schon geil aus, hat irgendwas, oder? Vielleicht ist es auch, weil ich immer nur das Weiße sehe, aber irgendwie, ich finde das Weiße auch cool, aber die gefallen mir auch ganz gut, mal schauen, ich wage mich mal ran, also mal haben wir eine Pro Case, Black Border, Blue Skill für die Yankees, insert, die Schleifung für die Pirates, SP, und Tyler Steven für die Reds, SP, Tyler Steven für die Reds, SP, Duel für die Reds, SP, Duel für die Reds, SP, Michael Patterson, Duel für die Reds, Duel für die Reds, Duel für die Reds, Duel für die Reds, ist christobal hat jetzt christobal beide variations getroffen bisher das gibt es doch nicht wir haben joe ramirez für cleveland woop woop ahne Das war's für heute. vielleicht, vielleicht aber auch nicht aber auch nicht Alright, here we go. Vox Nummer 6 schon, wir haben immer kein Auto, unglaublich. Jazz Crystal Home für die Marlins. Wir haben Jordan Romano, SP, Blue Chase. Nolan Ryan, Angels, and $9.99. Gian Carlos Stanton für die Yankees. White Refractor. $9.99 für die Yankees. Wir haben Jason Castro für die Astros, SP. Und Image Variation, Luis Robert für die White Sox, die hab ich sogar selber doppelt. Aber White Sox Variation. Luis Robert. Image Variation. Josiah Gray. Reinaldo Lopez für die White Sox, SP. Insert, Flashback. Das ist schon verrückt, wir haben schon 3 Variations eigentlich, ne. Krass. Travis Shaw für die Red Sox, SP. Vielleicht haben wir ein Auto, ich hab mich gar nicht konzentriert hier, dass vielleicht ein Auto kommen könnte. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, wir wollen uns ja nicht direkt aufdecken hier, ne. Was hat sie für Autos? Hast du Red Ink Autos getroffen? Wahrscheinlich nicht, ne. Trammel. SP für die Mariners. J.D. Davis. SP für die Mets. Urias. Für die Dodgers. Wir könnten unser erstes Auto kriegen, Jungs. Drama, Drama, Drama. Brennan Marsh, The Angels. Hank Aaron, Brace. Oh, da ist das erste Auto. Oh nein, ich hab's schon gezeigt. Verdammt, ich war zu langsam. Okay, machen wir gleich sofort. Wieso sind die denn andersrum? Weiß ich auch noch nicht. Die normale ist auch die normale. Da war das erste Auto. Ich hoffe, ich hab die Kürzel nicht gesehen. Nolan, Ryan und Robbie Ray. Danny Jensen. Den Jensen. Blue Jays, SP. Alright, wir haben ein Auto. Es war RM. Oh, ich weiß nicht, wer es sein könnte, RM. Ist ganz schlechter, wenn es der Catcher ist, den ich denke. Es sollte RM sein. War's RM? Ja, RM. Alright. Viel Glück, Jungs. Könnte netter sein. Jetzt schauen wir mal. Es geht an die... Jups. No. Oh, das ist Legend. Rig Monday. Für die Cubs. Nice. On-Car-Auto. Legend. Rig Monday. Zum Glück habe ich die schon als Redding. Rig Monday. Für die Cubs. Sebastian. Hat sich die Cubs geschnappt hier. Erster Auto. Rig Monday. Und heute ist auch der Montag. Oh mein Gott. Hehehe. 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 Fand nur ich lustig, glaube ich. Hehehe. 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 Hätte man eigentlich wissen müssen, oder? Dass der kommt. Hehehe. Scheiße. Hehehe. Wir haben, buy back. Für die Pirates. Bruce Keyshorn. Hehehe. 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 Das ist ein cooles Auto. Da fehlen sich auch für das wir zumindest auf 5 Autos kommen. Ein Dual Auto würde ich jetzt echt feiern heute. Die Vögel sind hier an. Die Vögel ist ganz schön. Wenn die Vögel sind, dann geht das. Alright, Box Nummer 7, Brandon Marsh, Angels, Anduja für die Yankees SP. Nolan Ryan, Angels, Triss Speaker für die Cardinals, Sebastian ist da, oh wir haben eine Variation, Gary Cole, Image Variation, ist es Image, mein Gott manchmal ist es so schwer zu erkennen, für die Yankees, ich glaube die habe ich auch schon, verdammt, jetzt treffe ich mal einen und dann habe ich die schon. Garret Cole, Image Variation, wir wollen den Image Variation, wir wollen die anderen, Urias, Arenado, Cardinals, Insert, Stalic, Astros, SP. Ja komm, ich zeig dir dein Auto nochmal, weil es heute Montag ist, war echt ein lustiger Witz. Rick Monday Auto für die Cubis, alle Montag. Pass ein, wenn das mal kein Zeichen ist. Weiter geht's mit Chris Home, oh, und noch eine Black, Chris Home, zwei Blacks, nicht schlecht, ein Dreck mit umgedreht, das muss man erstmal drauf haben. Für die Ace, wer hat die Ace, verdammt, Arne, das hast du schon zwei, die ich eventuell brauche. Sean Maneer, Teal Bar für die Twins. Wir haben, ähm, Flashback, Insert, ähm, da ist der Startback. Äh, Alcantara für die Cubs, SP. Das ist echt cool, also das Auto finde ich echt cool. Ich will mir auch, hab ich aber schon, Josiah Gray, leider. Also ich boah, eh nur Red Ink, aber. Ramos für die Guardians, SP. So, wir haben, oh, Aaron George, Relic. Für die Yankees. Aaron George. Nice. Ich hatte auf noch ein Auto spekuliert, aber bisher noch nicht. Randy Jackson und Salvador Perez. Salvador Perez, sorry. Wir haben Adam Engel für die White Sox SP. Das war's für diese Box. Fünf Boxen haben wir noch, fünf Boxen, fünf Autos, oder? Würde ich behaupten, dass wir ein schöner Lauf ist. Und, Huenzotto. National. Jutsch geht immer wieder, oder? Jutsch geht immer wieder, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Soto ist doppelt, ne? Ich meine es. Ich habe mich sehr, sehr gut gemacht. Der erste war... Ah ne, der erste war Steven Strasburg. Der erste war, der erste war, der erste war. Der erste war, der erste war. Fünf Boxen haben wir noch, komm jetzt brauchen wir ein paar Autos hier. Hier wir go. Wir starten mit Jared Kalanick für die Mariners. Wir haben Gonzales für die Mariners SP. Ist das ein Auto? Oh, nice. Auf 50. Das erste, die ich ziehe. US Postage Stamp Relic. Sehr cool. Roberto Clemente für die Pirates. Wow. Felix. Sehr cool. Die habe ich noch nie gezogen. Und ich habe schon einige Boxen aufgebaut. Die gefallen mir. Die nice. Das ist ja mal was anderes. Fällt mir gut. Sehr geil. Hat was, ne? Wenn ihr die abgibt, sag mal Bescheid. Vielleicht mache ich das auch. Bin schon einmal dabei bin bei allem. Irgendwie cool. Also wenn ihr die abgibt, sag mal Bescheid. Ich hätte vielleicht Interesse. Je nachdem. Außer die sind mega teuer. Weiß ich gerade selber nicht. Wood und Gary Cole. Du. Replace das jetzt ein Hit. I don't know. Oder kommt der hier jetzt gerade. Ne. Danny Duffy. Keine Name. Für die Royals SP. Patrick Wisdom. Für die Cubs. Patrick Wisdom. Für die Cubs. Higashioka. Für die Yankees SP. Ich würde mich mal interessieren. Was ist das ein Relic? Ist das ein Relic? Insert Bridge. Was sowas bringt? Chaves. Für die Braves SP. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es als Relic zählt oder nicht. Wir haben Dillon Carson. Für die Cardinals. Brian Shaw für die Guardians SP. Watergate. Watergate. Wir haben Mariano Rivera. Yankees. Michael Michael. Und Vladi Guerrero Jr. Auf 573 Red. Für die Blue Jays. Red Refractor. Für die Blue Jays. Duran für die Red Sox Eli Morgan SP für die Guardians Tepera für die White Sox SP Ah, ich setze es in Hit Ja, also die Postage Stamp Ja, ich ja Du auch? Kommst mit Ole? Und Josh Donaldson für die Twins Ja, du auch? Freitag bin ich schon da Alle ganze Wochenende durch Beim letzten Mal ist es echt schief gelaufen Bei der K-Advent in 1 ging der Abends etwas zu lang und war ein bisschen zu wild Ah, cool! Sehr schön Dann bring mal deine Black mit Ja, ich bin auch im Face Wow, ist die Karte so im Arsch Ah, nee, glaub nicht So, jetzt suchen wir auch ein paar Autos von mir Auf geht's Ich komme jetzt einfach mal Denken wir jetzt mal was ich machen hier ist ja Drei 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 Ich habe Drei Drei ich habe Drei Drei Ich kann mal einen fragen, vielleicht habe ich noch ein Ticket. Aber er wird wahrscheinlich dann nochmal einen Ticketpreis haben bestimmt, ich frage ihn mal. Alright, here we go. Cabrera für die Reds SP. Oh, da kommt schon das Auto, verdammt. Ich hoffe ihr habt es nicht gesehen. Ich habe überlegen wer es ist. Ich weiß es gerade noch nicht. Clemente für die Pirates. Tim Hill für die Padres SP. Ah, ich weiß wer es ist. Haha, lustig. Ich glaube der Roman kriegt echt sein erstes Auto gerade. Lallaby Guerrero. Insert. Fernan Lutetis. Insert. Karl Gipsen für die Phillies SP. Duo. Evans und Soto. Wladimir Guterres. 3 Reds SP. Wladimir Guterres. 3 Reds SP. Siri. Keegan Thompson für die Cubs SP. Keegan Thompson für die Cubs SP. Vora Eind 400 Meter vor. Unter der Minden. vor dem Teich. Bernd. Korin. Böding. Sp. Wladimir Gunter. So show my kind of variation, flashback, insert, my carpenter, SP, Cardinals, and we have the color variation, is this color, yeah, color variation, Aaron George, nice, color variation Aaron George, very cool, it's actually only a team name and a player name, the colors exchange, actually doof, it makes no sense, but it's cool, Aaron George, you can take it with me, I would say, throwback natürlich schöner, aber sehr cool für die Yankees, Robin, also mal Glück, hat der mal Glück, alright, eben gucken, alright, Auto geht, ich würde fast behaupten, es geht an die White Sox, aber gucken, ob ich recht behalte, ist es die normale, ist es red, achte, ist die letzte, ist die base, alright, here we go, ist es White Sox, ist es White Sox, ist es, äh, Titel, ich denke, Jake Berger, it is Jake Berger, ein Rookie-Auto für die White Sox, kommen wir jetzt rum an, und er trifft wirklich, wie versprochen, sein Auto, hehehe, geil, Jake Berger, leider nicht den, den wir sehen wollen, ich glaube, er ist, er ist glaube ich gar nicht so schlecht, ne, wir haben Sender Bogart, 3 Red Sox, 3 Boxen haben wir noch, komm schon, wir brauchen einen Big Hit hier, geiles Auto heute, das Ganze wie zum Beispiel gellig zur vac sécurité wäre es einfach nicht so, wenn es um ihre покurteißen, Vielen Dank. ich kann schlechter ja ist ein überkracher Rookie, aber ist ein guter Rookie ich glaub die Karte geht auch für Lösen Süden ich schätze mal zwischen 30 und 50 bringt die schon ich weiß die Red Ink geht für 60 bis 80 meine ich denke als ich richtig in Erinnerung habe also Value-mäßig ist er jetzt nicht hochverkehrt es gibt Schlimmere Alright, here we go 3 Boxen noch Acuna Karte KABOO SP Long Bridge Kim für die Cardinals Angel Vaughan White Sox Christaten Pirates Duel Perez und Turna Caratini für die Padres 2 2 2 3 3 Joe Barlow für den Rangers, Greatroll für den Dodgers SP, Sieber und Zach Wheeler, Peacock für die Diamondbacks, Wotani, Angels, Arroyo, Red Sox SP und auf 673 Mookie Betts für die Dodgers, Chrome Refractor, Mookie, Brandon Marsh, Angels Relic, leider Rookie Relic, Schade, ich hatte auf ein Auto noch auf drei Autos gehofft, Necro, Flashback für die Braves, Fairbanks für die Race, Zwei Box noch, ich hoffe zwei Autos, Auf geht's, ich hoffe zwei gute Autos, Wir haben Jose Ramirez, Guardians, Läuft bei die Arne, Arne macht euch Boxstopper Party, Nicht Tupaparty, sondern Topaparty, Ja, ich glaube sieben hat auch noch ein Boxstopper, Ab also noch ein Box Stupid, sehr spannend, Annifen infant, ganz schön finde ich, dass ich das noch ein paar Mal mache machen, ganz schön, sehr schnell, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Unser Tag Ja, ich habe einen Tränen gehofft. kann man viel um den herum aufbauen oder nicht? also ich habe die 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 all right box nummer 11 joe ryan twins olivares royals sp brock and turner und otani image variation nice ok otani nehmen wir mit auch wenn es image neu ist aber ist nice otani image variation egal es wäre schön wenn es throwback gewesen wäre oder so aber marvin ist es nicht so ganz ok brian de la cruz für die marvins insert da hast du auf jeden fall schöne tie cop tigers oh da kommt das auto ich war wieder fast zu schnell gerold ford insert alec manoa got a picture echt wo geil das cool yankees luys gilt hätte ich nicht gedacht dass sie so teuer sind gell diaz marlins sp sehr cool wie viele gibt es denn im set ist es nur mit clemente nena rocker room twins luke miley bruce sp und auf 73 die oscar hinnandes für die blue jays black refractor super nice aber ich will die paper cooler irgendwie soto andere janza brakes sp die 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 All right, Auto. Autograph time. Oh, nee, das ist das Auto. Scheiße. Sorry. Für die Brewers. Jake Cousins. Kann man gar nicht gesehen, dass das Auto da drauf ist. Für die Brewers. Nice. Christopher mit den Brewers. Jake Cousins. Rookie Auto. Blue Ink. Milwaukee, Milwaukee. Da hab ich schon mal Zeit. Ja, das ist echt krass, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hab gesagt, so 30 bis 50 wäre ich mein, hätte ich jetzt geschätzt. Das ist ordentlich, ja gut, das hat Clementine. Das ist ja kein Relic, ist ja so Mike Chow. Das ist halt, äh, Postage Stamp, also Briefmarke, ne? Von früher, ich muss das gleich verdurchlesen. Ich find's irgendwie interessant, hat irgendwas. Mein letzter Box, Jungs. Ich hoffe auf noch ein Auto. Ich hoffe auf ein gutes Auto. Ansonsten bin ich entfeuert. Aber das ist Heritage. Aber wir haben drei Autos, die wir gerade machen. Wenn ich das hier schon mal nicht mache. Das wäre cool, wenn man so ein geiles Auto jetzt hätten muss. was muss auf noch lavender gehen werden. Die Autos. Gut auf vanish. Macht sein. Macht sein. Macht sein. Macht sein. Macht sein. Macht. anscheinend das relic bisher ich weiß nicht was und kann die variation bringen ich darf sie echt nicht unterschätzen aber ich denke mal nicht dass die teurer sind als die clemente all right last box guys come on let's end this case with a nice banger garcia für die rangers franco orioles sp ordner es ist dein ernst benintendi für die royals relic ich habe nur drei autos um gottes willen vielleicht haben wir noch glück aber sie so young red sox Wanderfranco Reis O'Hearn Broyles Perry für Cleveland Jake Rogers Tigers Okay Image halt, ne? Alle andere wären wahrscheinlich deutlich mehr gewesen The Bears Red Sox Van Meter Diamond Bugs Bugs, sag ich schon Frank Robertson für The Angels Freddie Freeman für The Braves SP Komm schon, pack uns auch da zwischen Come on Louis Robert Sox White Sox Andrew Knapp Phillies Mega enttäuschend die Phillies Natürlich Tom Thieber und Urias Und zu 9.99 Cody Bellinger White Refractor für die Dodgers Default Pirates SP Und das macht es für den Break Nicht Nicht so Pricken Alright, quick recap Guys Relics Relics Andrew Benintendi für die Royals Brandon Marsh für die Angels Aaron Judge für die Yankees Jimenez für die White Sox Alex Bragman für die Astros Gary Cole für die Yankees Pete Alonso für die Mets und George Springer für die Jays für die Relics die schöneren anderen Hits waren Cody Bellinger White Refractor Jake Cousins Auto für die Brewers Theo Oleska Hernandez Black Refractor 273 also 73 Mookie Betts Refractor für die Dodgers Vlady Junior auf 573 Red Manea Not numbered but numbered to 50 Gary Cole Image Variation Luis Robert Image Variation Stanton White Refractor Jelic Image Variation Brad Phillips für die Rays Black Frame Paper Not numbered Tatties Refractor Brennan Marsh Red Refractor auf 573 Lindor Image Variation und Griffin Jacks für die Twins Green Refractor auf 273 Dann hatten wir Otani Image Variation Nice one and Aaron George Color Variation O'Neill Cruz Purple Chrome Jake Berger Auto für die White Sox Rick Monday Auto on Monday for the Cubs für die Cubs und was anderes mal Roberto Clemente 1973 US Postage Postage Stamp ist ja cool das war was ganz anderes hat was noch mit ihr 50 irgendwie cool hat irgendwas congrats an die Pirates ich versuche es mal zu zoomen aber ah irgendwie cool hat was wirklich cool ja gut also leider nicht der erhoffte Mega Break für Heritage ähm One Fun Rip noch ein Case mach ich nicht ähm trotzdem ganz ok ne hat Spaß gemacht also das war's äh für den Break dann kann alle bis mitmachen auf den nächsten Mal bis bis